Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Zepurukai, den Kaiji 4. Beim letzten Part haben wir gegen Guldu gekämpft und tatsächlich jemanden nicht verloren, weil er Psychokinese konnte. Jetzt ist es soweit, wir kämpfen gegen G's. Und ja, ich komme frisch an der Arbeit, ich bin übel geschwitzt und will diesen Typen jetzt einfach nur verprügeln, um meinen ganzen Frust rauszulassen von der Arbeit. Oh verdammt, nein, nein, hallo. Kota, chill, ey. Äh, okay, okay. Ah, you got pranked, bro. Nope, mach dich ab, Junge. Und einfach damit es noch ein bisschen cooler ist, habe ich den Gokumit mal mitgenommen. Gokumit mitgenommen, ja, wir kennen es nicht. Nope, du hast eben schon verloren. Du wirst wieder verlieren. Du wirst wieder verlieren. Ich sag es doch, oh nein. Ähm, 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 ähm. Oha, ich habe gelesen. Ich habe die gelesen. Ich habe einfach nur 10 Tasten gedrückt. Oh, hell no. Oh. Das gibt Rache. Ja. Give me energy. I'm getting excited. Okay, es darf nichts werden, oder was? Es reicht. Come, it's your smash. Oh, yeah. Das ist nämlich genau das Moveset, was ich in der M.A.G. hatte. Oh, wow. Bei den Gegner funktioniert das. Alter, okay. Äh, 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 stopp. Jeez, hallo. Hier füllen sie wie die, wie die, auf. Oh, Kamehameha voll ins Gesicht. Keine Chance. Oh, das war viel zu früh gedrückt. Oh mein Gott. Crusher Cannon. Ah, er hat gesoffen. Er trifft mich nicht. I'm getting excited. Oh. Nein. Nein. Ich will nicht. Rache. Ich rache mich an alles. You're not getting away with that. Last Spirit Bomb. Voll rein da. Hauptsache, so ein riesen Gekidama einfach ins Gesicht kriegen. Das war easy. So. Für alle, die Raid-Boss-Kämpfe noch nicht kennen, erkläre ich nochmal gerne die Regeln. Also, wir kämpfen mit fünf Charakteren, die alle auf Normal sind und keine richtigen Stat-Boosts bekommen, gegen einen Gegner, der immer stärker wird. Und zur Erklärung, wir haben eben auf Normal gespielt. Jetzt werden wir auf Custom 1 kämpfen. Das ist die zweite Stufe. Und dann gibt es noch die dritte Stufe. Und das ist die allerstärkste und schwierigste Stufe. Und, äh, ja. Unser Ziel ist es natürlich, den Gegner zu besiegen. Und sein Ziel ist es, uns zu vernichten. Was leider Gottes sehr oft passiert. Genau. Das sind die Regeln. Fight! Hä? Warum ist er nach hinten gedodged? Das macht halt gar keinen Sinn. Kamehameha! Alter. Alter. Ich habe jetzt auch schon ein paar Parts zu dem Ganzen. Oh mein Gott. Ich habe ihn irgendwie. Irgendwie habe ich ihn tatsächlich gerade interruption können bei seinem Angriff. Oh wow. War das schlecht. Ich habe schon ein paar Parts dazu gemacht. Also, vielleicht ist ja euer Lieblingsgegner dabei. Oh mein Gott. So, hops genommen. Frisst das! Einfach first, äh, Frame 1 einfach gedodged. Oh, ich liebe diesen Angriff. Da kann der Gegner halt kaum was gegen machen. Meteor Smash! Ja! Meteor Smash! Nimm das! Das ist eigentlich nur die Kajouken-Attacke ohne Kajouken. Da sieht man mal, wie stark Koko geworden ist. In seinem Training. Auf dem Weg nach Namek. Oh nein, this is a crusher ball! Oh! Was, Gis? Hier! Friss! Okay. Let me your energy! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aua. Das tut richtig weh jetzt. Hä? Es war gar nicht der Blast, der der Attacke war? Alter! Ich konnte nicht so schnell reagieren. Hey, it's me, Goku! Die! Please die! Idiot! Okay. Oh, come on. Lass es doch einfach. Kamemeho! In your face! Komm, ran, schießt! Ja! Nein, 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 nein! Nein, nein! Okay. Du willst es also nicht anders. Was? Kein Problem. Ah! Äh, echt jetzt? Kamehameha! Kamehameha! Ich konnte sogar ganz im Go aufladen. Das kann ich auch. Niii! Ah, schade. Ich dachte, das klappt. Nein! Ah! Wild Sands! Easy. Meteor Combination! Oh, nein. Nein! Irgendwie nehme ich den auch nicht ernst gerade. Nein! Ah! 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 Das hätte ich nicht angrauben! Ah! Okay, jetzt ist der Spaß vorbei! Oh, nein. Ah! es reicht ja vielleicht hätte ich so lange mit dem rumspielen sollen oh nein ey er bläst mir einfach tot das nicht dein ernst das kommt doch von kakarott wenn du nur mit ihm spielst ja ich werde keine gnade haben jetzt reicht's maximum flasher echt jetzt verdammt schneller drücken damit die leiste schneller sich füllt ich drücke ja nein ja ja nix da jesus keine chance ich bin der prinz der saiyajin alter die haben auch immer nur so zwei pattern a come on alter warum kann der das sparen das stimmt nicht mit jesus verdammt doch mal zwei gegen eine soll feier fei klinge ein zeiter würde niemals zu zweit kämpfen stark wie geht ab ok jetzt kommt die finale form und wir sind alle gespannt wie der kampf wird ich hoffe wir schaffen es ihn zu besiegen weil ich bin ich mir sicher weil dieses lappen ihn schaffen war das falsche ist das richtige gehört auf destruction so und für alle die jetzt noch nicht wissen was uns jetzt erwarten wird jetzt regeneriert die leben hat maximalen attack def also in allem auch key leder ultra schnell er hat direkt alle blauen balken die es gibt bei ihm und kann viel hat superarmor kann ich ja die liste ist noch länger kann jeden clash gewinnen egal ob beam oder normalen faust clash und ist absolut op und ja natürlich deutsch der auch noch krasser als feuer und er ist viel schneller warum auch immer oh mein gott ja aber gegen uns sieht auch keiner von einem verdammt ja und seine angriffe ihr seht 10.000 schaden mit einem normalen attack das ist schon krass nein 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 bitte 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 ja okay das war effektiv okay das war effektiv okay das war effektiv du bist an der wand idiot geh weg oh nein bitte habt ihr es nicht angenommen oh mein gott er hat es nicht angenommen Gott sei dank oh nein oh mein gott richtig rein schwitzendet ja 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 ok das heißt recht rein schwitzen hier hitze nein jaaja nein 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 egal vielleicht triffst du ihn du bist nur tot hat den cue was hat der denn gemacht ach ne normalen super attack oder was hä der hat den angriff gemacht Wo war denn die richtige Animation dafür? Okay, wir werden unseren Spaß haben. Ich merke schon. Chill mal. Juhu, der hat auch Ressourcen-Volume. Jawoll. Schön ins Gesicht rein. Er hat auch maximale Leben, by the way. Oh nein, warum mache ich das? Ey, ich habe noch nie so viel gemacht, ey. Oh Gott. Ey, er spammt aber auch immer die Purple Comet Attack. Oh mein Gott. Ist das so spitzer? Aber heute bin ich gar nicht so schlecht. Au, verdammt, hätte ich mal nichts gesagt. Ja, wegen der Special Fighting Pose. Weil die ja keiner Dings hat. Geht keine negativen Dings. Jawoll. Schön. Ah, Mist. Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Keine Chance. Alter Schwede. Chill doch einfach mal. Weil ich da auch was machen kann, wenn er direkt beim Keyblast spammt. Oh, wie ekelhaft. Er macht das safe 30k Damage oder so. Ja, wow. Bin schon fast tot. Ja. Damn you. Oh mein Gott. Weil wir sind einfach fast down. Das ist jetzt die einzige Strategie, die ich habe. Oh, come on. Oh nein. Ach so, man kann sogar den Konter halten. Das ist ja krass. Innerst, geh weg! Oha! Oh Gott, Glück gehabt, dass er so dumm ist. Ja, geil. Weil er Super Amor hat, konnten wir da jetzt nicht durch mit dem Angriff. Wow, geil. Okay, okay. Wir sind Kick Goku. Oh, ich hasse das. Warum? Nochmal! Ja! Kamehame! Ja! Oh, Goku lädt richtig schnell. Alter, verdammt. Jetzt haben wir ihn. Ja! Meteor Crash! Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir es tatsächlich noch schaffen, ohne noch einen Try zu machen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Guckt euch das an. Keine Chance, wir sehen kein Land. Tod. Guck mal, wir liegen auf dem Boden und der ist so ekelhaft und macht einfach weiter. Oh mein Gott. Final Flash! Oh wow. Lass mich. Oh, was? Ey, komm. Das ist doch jetzt absurd. Hallo, fahr dich mal runter jetzt. Alter. Jo! Alles klar. Ich kann nicht ausweichen. Das war's. Okay. Super special attack. Okay. 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 Letzter Versuch. Okay. Es war schon sehr gut. Wir haben gut Damage gemacht. Aber das reicht mir nicht. So. Dann werden wir jetzt auch ein bisschen an unserer Technik feilen und unsere stärksten Formen auswählen. den will ich tatsächlich da haben mit dem Set. Denn das einzige, was wir dürfen, sind Fähigkeiten uns ausrüsten, die keine Sets erhöhen. Was in dem Fall ja nicht stimmt, sondern mit ihm hier ist tatsächlich uns nur möglich, außerhalb der Kämpfe Attack zu kriegen, also unsere Leiste aufzufüllen. Und dass wir Clashes gewinnen können. Das war's aber dann. Das sind die einzigen Sachen. Und ihr habt ja gesehen, wie krass der Unterschied war. Zwischen ihm und uns. Und das ist die einzige Möglichkeit, um nicht tatsächlich durch die Stats zu gewinnen, sondern durch die Stat-Unterstützung. So. Super Saiyan. Jawoll! So will ich das sehen, Goku. Nächster. I'm a Super Saiyan. I am the real Super Saiyan, Son Goku. Alter. Ey, ja, wenn man da nicht rauskommt, dann ist man einfach dead. Okay, gedodged. Eher nicht. Okay, das wundert mich jetzt. Oh, Tatsache. Er konnte mal nicht ausweichen. Nicht schlecht. Oh, Mann. Ich krieg halt nicht viele Schläge hin hintereinander. Alter. Wildsense. Okay, gerade noch so. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff raus. Ah, nee. Schade. Obwohl. Hallo. Ey, er versteckt sich. Was soll denn der Mist? Vielleicht treffen wir doch. Vielleicht treffen wir doch. Ja, wir treffen. Gott sei Dank. Nein. Oh mein Gott. Er hat einfach nur einen Tritt gegeben. Frame one. Frame one. Frame one. Spirit Bomb in your face. Bitte? Jawoll. Stark. Stark. Jetzt gucke ich schon mal, was wir machen müssen, um zu fusionieren, weil ich glaube, das wäre jetzt richtig geil. Ähm, okay. Vielleicht versaut es uns aber auch was. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir fusionieren nicht, sondern fusionieren dann mit Super Saiyan 4. Ah, Goku und Vegeta. Ja, es wird so viel dazu. Special Fighting Pose. Okay. Flat Spirit Bomb number two. Ja. Was? Hallo? Oh nein. Ich blocke. Jawoll. Okay. Ja, das sieht besser aus. Viel, viel besser als eben. Jetzt kommt die andere Strategie. Jawoll. Double Galick Gun. Das kannst du nicht dodgen. Du bist mitten im Angriff. Ey, das sind wirklich zwei richtig geile Charaktere. Und ich möchte auch wirklich erst, dass die beiden kämpfen. Aua. Okay. Hör auf. Und jetzt Double Galick Gun number two. Oh nein. Ey, was? Was war das? Oh nein. Ah. Ah. Okay, warte. Goku. Ah. Komm mal ran. Direkt Spurrbob in your face. Er macht ein Key Blast. Vielleicht treffe ich. Ah. Leider nicht. Ich greife an. Was? Ach so. Oh. Das ist so dumm. Dadurch, dass der Superarme hat, wird dieser Angriff ja auch nicht abgebrochen. Ja, das war es mit Goku. So gut wie. Ja, wow. Oh, sind wir... Ne, wir leben noch. Ey, so ein ekelhafter. Da er den Dings nicht weitergemacht hat. Oh mein Gott. Hat er uns natürlich gut gekriegt. Stay back, Freak. Double Galick Gun. Diesmal. Die. Haben wir irgendwas? Bitte. After Damage Strike. Okay. Saiyan Pride. Na, Madenya. Where are you looking at? Ja. After Damage Strike. Müsste der nicht mehrmals angehen? Oder geht der nur einmal bei Vegeta? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich möchte bitte, dass du auch stehst, Vegeta. Reiß dich jetzt mal ein bisschen am Riemen hier. Ist ja peinlich. Ja. Wir werden es schaffen, Vegeta. Oh, hell no. Ja, ja, okay. Ich habe ein bisschen zu früh gedrückt. Das war's. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Alter, der Ekelhafte. Hallo. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Der Controller hat sich entverbunden. Hallo. Bitte. Wow, geil. Ich liebe es. Darf ich bitte wieder steuern? Hallo. Darf ich bitte wieder steuern? Hallo. Ey, das ist so ein Scheiß. Jetzt. Geht das? Hallo. Jetzt geht's wieder. Oh mein Gott. Geil. Wie hast du uns versaut? Danke. So. Ich bin hinter dir. Wir sind sogar stark genug, um hier wegzuhauen. Oh Gott. Jetzt muss ich gucken, wir fusionieren. Und ich weiß nicht mal, ob das Sinn macht. Wow. Jetzt. Ja, die Fusion. Ja, wir haben noch richtig viel. I sent you to the next world with this. Oh mein Gott. Wie war ein schneller? Ja. Back, back. Come on. That's 100. So, leg dich ein mit Eimern in deiner Stärke. Was? Selbst da haben wir keine Chance? Also nur für Strike Attacks? Ach, komm. Ist ja jetzt ein Scherz. Hallo, wie ist das möglich? Hallo. Juch. Amazing Impact. Jetzt gibt's richtig eine rein. Es reicht mir mit dir. It's over. Ja. 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 Und nochmal. Here it goes. It's over. Er hat uns wirklich gezwungen zu fusionieren. Ich kann's nicht glauben. To the next world with this. Nein. Ja, geh weg. Nein. Ich hasse diese Scheiße. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Demonstrationen mehr verpasst. Und schreibt gerne in die Kommentare, was für Rape Boss ich noch machen soll. Bis dann und ciao. Euer Feierlechser. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.